Hallihallo, ein neuer Tag, ein neuer Lost Place. Ich befinde mich im Ausland auf einem alten Zechengelände. Von den Luftaufnahmen her ist es ein sehr großes Gelände. Ich bin mal gespannt, was mich hier erwartet. Es ist auf jeden Fall riesig. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Ich nehme euch mit, schaut es euch an. Das ist also doch schon wirklich ein ziemlich großes Grundstück. Es gibt auch schon deutlich Vandalismus, Schmierereien. Ich lasse mich mal überraschen. Schauen wir mal hier rein. Oha. Alles zu offen, zugänglich. Das sind die Hauptzüge. Oh mein Gott, die Schächte sind offen. Oh. Ich hab mal so ein kleines Problem mit, wenn wir gerade eben ein bisschen mehr noch. Wahnsinn. Die sind hier nicht verfüllt worden wie bei uns. Der komplette Schacht steht offen. Das ist schon irre. Ich bin ein bisschen skeptisch. Ich weiß nicht, wie alt das hier alles ist. Das sieht sehr alt aus. Und wie stabil vor allem. Wahnsinn. Oh, ist das warm. Wird mich ja doch schon interessieren, wie tief das in dem Schacht da runter geht. So. Auf jeden Fall nicht ohne aus. Oh. Maschinenhaus. Die Gestaltseile sind noch drin. Alles in der drei Polen hier. Wahnsinn. Und hier aus wird das gesteuert. Nicht zu vergleichen mit den großen Trommeln, die es bei uns im Ruhrgebiet gibt. Aber schon nicht schlecht. Vor allem, dass das hier alles so offen gelassen wird. Bei uns wäre es verfüllt worden. Bei uns wäre es verfüllt worden. Dann kommt es an das Wielbülen. Wir müssen auch noch das Wielbülen schauen. Wir müssen noch weitere Wielbülen nehmen. Dann kommt es an dem Mann, meine Schacht. Wielbülen auf den Hof und die Pfanne. Jetzt ist es so schön. Das ist ein Schichtstand. Ich muss den hier auch noch kommen. Ein weiterer Länger. Wow. Nicht schlecht. Die Stürmer. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist ja schon ziemlich groß hier. Das ist ja schon ziemlich groß hier. Da oben hängt ein Geigen. Der Boden ist auch offen. Wenn ich ja nicht so ein großer Schisser wäre, was Höhen angeht. Ich habe ja extreme Höhenangst. Würde ich wahrscheinlich direkt mal gucken, ob man da überhaupt hochkommt. Ich denke mal, es wird mit Sicherheit eine Leiter innen drin geben. Das ist wie so ein Treppenhaus oder so. Aber da hoch, ich denke weniger. Oh, es ist sehr dunkel. Ein bisschen Licht. Oh, ich sehe keinen Treppen. Oh, Moment. Ich muss nicht in die Kamera wegsteigen. Oh, jetzt habe ich da gerade was gesehen. Eben festen Stand. Oh, hier ist eine Wendeltreppe, die hochgeht. Und da oben beginnt das Treppenhaus. Aber ich glaube nicht, dass ich das machen werde. Wie gesagt, ein extremes Problem mit Höhen. Kann man da was sehen? Nee, leider nicht. Das ist der offene Schacht. Die haben mir tatsächlich die ganzen Schächte offen gelassen. Hier geht das richtig tief abwärts. Das ist alles so verrotten. Das kann man so, oh Gott. Das kann man so wegnehmen. Das geht da richtig tief runter. Das ist ja mal. Oh, gar nichts für mich. Puh. Muss ich denn wirklich nicht haben. Hier könnt ihr nochmal sehen. Ein Aufzug hoch zur ersten Etage. Und ansonsten ist da oben nur Treppenhaus. Wenn eine Treppe hier hoch geht. Aber ganz ehrlich, das ist hier nicht mein Gebiet. Das ist ja alles so bröckelig. Ich habe es hier gerade selber gesehen. Die Stahlplatte, die zerfällt so. Und wer weiß wie viel, 100 Meter oder weiß ich wie viel, das hier abwärts geht. Ich habe keinen Bock hier irgendwo abzustürzen. So, ich bin jetzt nochmal am Verwaltungsgebäude, wo auch die Kauen sein müssen. Ich schaue mich hier nochmal ein bisschen um. Ob es hier was zu sehen gibt. Werkstatt, ja. Was ist das? Rote Kreuz. Wow. Spinde. Wurde sich umgezogen. Ich habe ein Wunderschmink. Oh, hier war abgeschlossen, hier war irgendwas Wertvolles gelagert, auch Gitter von außen. Hier werden wohl bestimmt noch mehr umkleiden gewesen sein. Müllteppiche, kleinen Gitter. Hier war die Kantine. Hier haben wir jetzt Futter zu weit. Hier. Wie das Wehtasten-Telefon. Hier ist ja ordentlich. Wanderlief worden. Funkzentrale, würde ich sagen. Man, hier sieht es da noch aus. Schade, da hinten ist noch ein Tresor. Ach so. Ach so. Ach so. Schade, schade. Schade, schade. Schade, schade. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Schade, 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 schade. Oh jetzt kommen wir hier der Sache was näher. Hier sind Laboratorien. wow das ist hart hier riecht es genau nach dem was es ist labor wahnsinn jetzt mache ich mal ein paar Fotos Untertitelung des ZDF, 2020